Guten Morgen! Hallo! Hä, sie fühlt sich müde? Wir sind gerade aufgestanden. Hä? Hallo! Zurück zu Folge Nummer 3 der Demo zu My Time at Sandrock. Danke für die Zeitung, Jasmin. Ich habe gerade leider keine Zeit, weil ich mir Sandrock gerade selbst angeschaut habe. Okay. Oh! Ein Brief von Mama. Wir sind schon ein paar Tage hier. Und die vermissen uns schon, unsere Eltern. Sie wüssten gerne, wie weit wir sind. Und wie es uns geht. Und die ist so stolz auf uns. Und gibt uns Geld. Äh, cool. Wir holen einen Zeitungsartikel über uns. Die Heidi hat das geschrieben. Wir gehen jetzt mal zu Jan. Weil das ist ja das, was wir eigentlich sollen. Wir gucken bloß kurz hier. Meine Aufmerksamkeitsspanne. Ah, es hat sich aber gelohnt. Wie süß sie hier rum springt. Guck mal das Entchen da oben. Auf dem Dach. Hallo, Jan. Wir sind jetzt endlich da. Was? Sie hat schon Punkte gesammelt. Aber wir können hier quasi, indem wir Sachen erfüllen, Geld verdienen. Das ist doch gut. Ist doch gut. Okay. Wir haben unsere Heimatstadt gesehen. Gut. Hallo, Jan. Ja, wir wissen, wie man eine neue baut. Recycler. Okay, wir müssen den Schrott, den wir mit unserer Stein-Hacken-Hammer-Axt finden, in den Recycler packen, um da sinnvolle Sachen rauszukommen. Okay. Wir haben jetzt die Blaupause bekommen, beziehungsweise die Bauernleitung. Und wenn wir damit fertig sind, müssen wir wieder hier rein. Zu Jan. Hallo, Hugo. Was ist das da oben? Eigentlich... Oh. Ich glaube, die sind böse. wöuf. Was stand hier? Eine Axt haben wir nicht. Entschuldigung, ich glaube, ihr seid doch böse, oder? Okay, wir gehen mal gucken. Wir brauchen den Recycler. Holz haben wir. Jetzt brauchen wir noch Stone Throw und Grinding Saw. Sägen und irgendwas mit Stein. Steintrog. Ja gut. Den macht man aus zwölf Steinen. Und Grinding Saw machen wir auf acht Dinas und zwei Steine. Ich habe einen Steintrog gefunden. Und Scrap. Dann auch weg. Das kriegen wir an der Werkbank gemacht. Und das kriegen wir auch an der Werkbank gemacht. Haben wir schon was fertig? Ne, da fehlen uns noch Steine. Dinas. Dinas ist doch sowas wie Lehm, oder? Das kriegen wir doch auch aus diesen Dreckhügeln hier. Aber. Ich muss ins gefährliche Gebiet. Glaub' ich. Oh, hier gibt's auch Dinas. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wie ich Dinas übersetzen soll. Aber Dina klingt schön. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Also, ein. Wir brauchen jetzt zwei. Steht automatisch zwei da. Konnten maximal zwei machen. Naja, egal. Aber wir brauchen noch zwei. Was heißt Retrieve? Ist es wegschmeißen? Ich muss das jetzt noch alles manuell einsetzen. Oha. Okay. Ich habe einen Recycler. Level eins. Ich habe zwei Wood Scrap. Recyclen wir jetzt. Okay. Ja, das dauert eine Minute 15. Ach, wir brauchen auch noch Benzin. Okay, aber. Kriegen aus Holz. Und Stein kriegen wir auch Benzin. So, und jetzt. Working. Okay, hier läuft die Zeit runter. Okay. Cool. Wir warten mal, bis das fertig ist. Was dann rauskommt. Das interessiert mich. Okay. Das sieht aber nicht so schön aus hier drin. Die ganzen Möbel muss man sich ja kaufen oder selber bauen. Das können wir jetzt ja noch nicht. Und ich weiß auch nicht, können wir die Wände schöner machen? Oh. Oh. Boah, irgendwoher Wasser. Und es überhitzen die Maschinen. Ich koste 3000 Geld, um hier auszubauen. Cool. Naja, was richtig Gutes bei rumgekommen jetzt. Okay, wir sprechen mit Jan. Weil wir haben jetzt den Recycler gebaut, wie wir sollten. Haben sogar was recycelt. Wer ist jetzt nicht stolz auf uns? Hallo. Wow, auf einmal ist er ja ganz schön distanziert, der Gutes da. Okay. Okay, also wir sollen jetzt unsere Werkstatt registrieren lassen. Gucken wir mal, ob wir das noch dürfen oder ob die Demo dann irgendwann sagt, Tschüss. War nett, aber reich. Tschüss. War nett. 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 Oh, ich glaube, wir lernen jetzt das Kämpfen. Kann das sein? Ja. We do. Okay, wir sollen uns eine Waffe aussuchen. Können wir uns die behalten? Ich bin eher der Sperrtyp. Okay. 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 Triffst mich nicht. Wow. Du hast getroffen. Ich muss ihn defiaten. Aber wie? Oh. Ja, übertreibt. Junge. Ja, du bist natürlich der Beste. Ich habe ganz viel gelernt von dir jetzt. Okay, ich soll das nächste Mal mir eine Waffe craften. Ich komme leider den Speer nicht behalten. Bitte. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, es wird für morgen eine Feier organisiert, um Mian und mich, ich weiß nicht, Mian, Mian, willkommen zu heißen. Wir können jederzeit unsere Werkstatt auch umbenennen, da müssen wir uns so eine Karte kaufen und im Commercial Guild können wir uns Aufgaben abholen, also Quests und dann Geld verdienen. Ich möchte nichts zu erjahren, ich habe Angst, dass die Demo dann vorbei ist. Was? Emergency? Oh, cool, sie hat die Tür angefasst und ist durchgeportet. Oh, cool, sie hat die Tür. Okay, wir haben eine ganz spezielle Aufgabe. Paradise Lost. Erinnert ihr euch daran, dass ich im Stream Paradise Lost gespielt habe? Also ist es ein Spiel, das so heißt? Okay, das war jetzt logisch. Um... 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 Auf geht's. Ja, ist ruhig erstmal ein Wrap. Wir haben auf jeden Fall... Ah, hier ist das Kommission Board. Okay, eine Assembly Station will er. Er will eigentlich nur ein Work Table. Ah, ne, er will das. Das ist, was ich brauche dafür. Okay, wir sind ein Recycler. Nö. Erstmal nicht. Wir haben jetzt eine Aufgabe bekommen. Aber dieser Aufgabe gehen wir in der nächsten Folge nach. Gucken wir, ob wir die nächste Folge noch gefüllt bekommen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde. My Time at Sandrock. Ich freue mich. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.